Alex wollte, dass ich ihn auch mal male. Und viele von euch wollten das auch. Und weil er gerne Animes schaut und Naruto eins seiner Lieblingsanime ist, hab ich mir gedacht, ich male ihn als Charakter aus Naruto. Aber in Naruto ist mir aufgefallen, dass es kein Charakter gibt, der Locken hat. Oder habt ihr da schon mal einen gesehen? Deshalb musste ich da bisschen improvisieren. Und weil er so volle Augenbrauen hat, hab ich so ähnliche Augenbrauen wie von Rock Lee gezeichnet. Der ja auch bekannt ist als Bushiger Augenbrauer. Meint ihr, mein Charakter kann so in Naruto mitspielen? Schreibt das mal unten in die Kommentare rein. Und findet ihr, das Bild ist mir gelungen?